hallo und willkommen zu einer neuen Folge Cube World Jonas hat aus Versehen, dass Mabut hier angegriffen. Auf jeden Fall ist es ein Boss-Mob. Wir machen wollen, der schillt einfach alles. Es juckt ihn aber nicht. Genau, von meiner Seite auch wieder hi. Finn hat eigentlich schon alles erklärt. Ich geh jetzt grad hier hoch, damit ich den von hier oben wegmobben kann. Ich auch, ich komm hier aber nicht hoch. Ich bin hochgeklärt. WTF? Alter, der war grad so richtig, das Erdbeben. Ich bin einfach ganz runtergefallen, weil ich offen drauf gespielt bin. Er steht auf den Bäumen, ich kann nicht angraben, ich hab keine Range. Er steht richtig, ich bin ja da. Alter. Aber er macht nicht wenig Damage, muss ich sagen. Aber immer dieses Hin... Alter. Ja, aber das Runterfallen, das macht viel Damage. Ja, und kannst du ihn irgendwie weglocken oder so? Er hat einfach den Baum kaputt gemacht! Er hat den kompletten Baum kaputt gemacht. Aber es sieht schon cool aus. Loll. Ich hau den die ganze Zeit um. Ah, ich fall runter! Hier schon! Boah! Ey, der vibriert einfach alles. Alter! Er hat mich einfach weggepumst. Wo ist denn der? Ja, mich auch! Bei mir! Hey, wo bist du? Ach, da oben! Er hat einfach den kompletten Bäumen kaputt! Aber er ist gar nicht so krass. Ne, aber es ist lustig. Ich kann ihn nicht angreifen! Ah, jetzt! Ich kann ihn nicht angreifen! Ah, guck mal, jetzt ist er unten! Ah, guck mal, jetzt ist er unten! Ah, ist da was los mit dem, Alter? Läuft hart! Aber ich hab noch nie Mammut gesehen, Alter! Ich auch nicht! Also auch nicht im Reelive so! Ne, weiß er! Okay, ist gleich tot! Aber er macht's nicht Wild Damage! Und das sind wir eigentlich liebe! 194! Also, es gab wahrscheinlich mehr als 194, aber... Schnell alles looten! So, äh, ich kann leveln! Geil! Ähm... Was soll ich? Ach komm! Ich skill noch ein bisschen mein Hang-Glider! Ach shit! Ich hätt mehr auf meinen Smash machen müssen! Ja, ich hab noch nicht auf das hier geskillt! Guck mal! Jetzt bin ich schneller mit dem! Meeow! Das ist so geil! Nein! Wir können jetzt aber auch einen Cut machen und gleich beim nächsten... ...schauen! Äh, ne, wir machen jetzt einen Skullball! Safe? Okay, wir machen jetzt einen Skullball! Ich hab Finn gehört! Natürlich greif ich halt einfach an! Okay, eigentlich geht das ganz gut sogar! Noi! Haut einfach ab! Pussy! Aber ich bekomm schon ganz okayen Damage von ihm! Ja, das ist auch gut, dass du tankst! Weil, ähm... Ah, ich hab übrigens was für dich! Ist, ist, ist ein Schwert für mich aber halt erst mit Stärke 63! Finn, guck mal hier! Bitteschön! Ich weiß nicht wie stark ist! Alter, das ist geil! Das ist geil! Das ist geil! Das ist geil! Das ist meine neue Waffe jetzt! Schau's dir an! Geht grad nicht! Äh... Es sieht schon mal wieder richtig... ...fresh aus, Alter! Oh ja, das sieht echt gut aus! Toll, der zweite Skullball kommt jetzt auch noch! Was anders als nicht so fresh aus wie... Ja, du ist doch einfach nur fair, dass einer... Nicht fokussend einer dich, oder? Ne! Bin ich nicht so fair! Oh cool, den Eimer hab ich unten, äh... Ja, egal! Hey, guck mal, wie wir hier runterschnetzeln jetzt mit deiner neuen Waffe! Voll geil! Was ist wieder los mit einem Snow Beetle, der einfach seine kumpel Sachen machen muss? Ich mach da genau in meinen Körper rein, Alter! Ich hab gar nichts mehr zum Essen, Trinken, Extra kauen! Guck mal, wir müssen in die Richtung dahinten ist das nächste Dungeon! Lass da noch schnell in der Folge hin! Oder? Das ist nicht so weit weg! Wir haben noch 10 Minuten, bis die Folge fertig ist! Das schaffen wir! Easy! Ich bin einfach Level 27! Guck mal, wir leveln wirklich ziemlich gleichzeitig jetzt die ganze Zeit, ne? Mhm! Aua! Aber du kommst jetzt auch langsam hoch! Als wir diese Season, also die komplette Aufnahmesaison jetzt gestartet hatten, vor ein paar Tagen... Ist halt nur so halb eine Season, weil wir eigentlich das jetzt an verschiedenen Tagen machen... Deswegen mein ich ja! Da war ich auch Level 17! Da sind Skullballs! Ja! Da war ich auch Level 17! Ich wollte gerade sagen, wartest du, aber Skullballs, die tust du jetzt nicht so schnell! Das Problem ist hier zu können, das ist Scheiße! Als ob der jetzt einfach abgehauen ist, als ich meine zweite Attacke da aktiviert hatte! Ja, okay, gehen! Ich glaube, ich skille meinen Smash einfach das Todes hoch jetzt! Ich glaube, ich skille jetzt einfach fast alles in meinen Smash rein! Ich habe halt nichts, was Damage macht, was ich ähm... skillen kann! Ich kann nur ganz kurz rein! Ja, Smash und meine zweite Attacke noch! Ich habe halt nur Abhauen, Dritt und ähm... Stealth! Das macht kein Damage! Ähm, ich bin... hab halt fast kein Leben, deswegen kann ich leider nicht viel machen! Loll! Verfehlt, würde ich mal sagen! Ja, ich bin halt aber weggelaufen! Er bekommt aber kein Damage! Müsste eigentlich meine Turtles sagen, dass sie angreifen sollen, das kann ich aber nicht machen! So, jetzt kann ich das jetzt sagen! Greif mal mit an, gell? Lass dich da mal so ein bisschen! Ja, passt, da ist was für dich! Ich bin halt saulau! Glaub ich, oder ist das für dich? Ah, für 460, ja, ist für mich! Ähm, wo ist es denn? Da hinten! Komm, da gehen wir jetzt hin! Ähm, ich bringe mich davor... Jonas, ich bring mich hier um, wirst du mir zuschauen? Will ich mich umbringen? Ja, mach! Oh ja, alter geil! Hui! Boom! 1500 Damage, Alter! Jo, wahrscheinlich! Was ist eigentlich das maximale Leben, was man erreichen kann? Oder sind wir Skyballs bei mir? Das geht auch sau viel! Kann ich nicht allein! Okay, cool! Egal, ich geh einfach weiter! Ähm, wir gehen zu dem Dungeon jetzt! Easy going! Würde ich mal meinen! Und ist es noch mehr Skyballs? Ey, es ist noch richtig viel! Okay, es ist auch so Skyball-Biom! Oh Gott, es sind noch mehr! Jeff! Bei dir piept irgendwas! Okay! Ich hör aber auch nen Piepen! Aber halt durch die Kopfhörer nur! Ja genau, ich auch! Ja geil! Aber so, so... Kein klares Piepen, sondern so nen unklares Piepen! Ja dieses Piep-Piep-Piep-Piep! So ungefähr! Also nur halt Gepfeife! Ich hör einfach gar nichts, also... Ja gut! Pieps vielleicht in deinem Ohr? Ne! Das ist ein anderes Piepsen, wenn es da piepst! Hast du mitbekommen, dass gestern Deutschland gewonnen hat gegen Italien? Ja, hab ich! Weil auf einmal mitten in der Nacht alle Raketen losgelassen haben! Ja! Und vor allem war das einmal der 18. Elfmeter, der gestern entschieden wurde! Ja, ich weiß! Ich hab's mitgekriegt! Das ist richtig krass, Alter! Ich kill hier mal ein paar Wölfe! Yes, Killer! Wölfe, die geben saugut XP! Naja, sieben! Hier ist nen Skyball-Boss-Mob! Als ob! Den können wir nicht machen! So einen hatten wir schonmal! Den machen wir aber! Sonst scheißegal, ob wir den machen können oder nicht! Ich schau mir an, was für Damage er macht! Wir machen Skyball-Boss-Mob! Ähm, 60 Damage! Ja, die normalen! Das war nicht viel! Wenn er aber dann seine komische Attacke macht! Ah, das stimmt! Okay, egal! Trotzdem, wir machen den jetzt! Nee, eigentlich können wir ihn nicht machen! Scheiße! Ich hab nicht davor geschaut, wo der war! Ja, dann machen wir ihn halt nicht! Komm jetzt mit! Mann, immer diese scheiß Hurenknechte, Mann! Ja, fickt euch doch, Alter! Ja, danke, dass du jetzt inte wieder sterben, weil am Spawn so behinderte andets sind! Mann, ich hasse es einfach! Ja, oh, auf jeden Fall! Oh, danke, das ist eine Grenze von dem Biom! Oh, danke, das ist eine Grenze von dem Biom! Oh, danke, ich hab nämlich keinen Bock mehr auf dieses Biom! Puh! Wir fanden das letztens auch voll cool, dass wir endlich in so einem Biom kamen! Ja, bis ich dann aus diesem Biom wieder rauslaufen musste, weil du neugestattet hast und dann fand ich nicht mehr so cool! Ja, dann war es doch gut, dass ich dich davon erlöst habe! Also gehst du jetzt zum Dungeon, oder? Ja, ich bin jetzt beim Dungeon! Da sind Bitches! Die ficken mich weg! Oh, ich hasse sie! Ja, das macht Sinn, dass Bitches sich wegficken! Ich bin beim Dungeon! Da wird auch so ein Boss-Map angezeigt, aber ich weiß nicht, wo es ist! Ist ein Boss-Map! Jonas, es war gut, dass du nichts gesagt hast! Ich weiss nicht, ich weiss nicht, ich hab's nicht realisiert, weil ich im Fight war! Aber dann hab ich's nochmal durch den Kopf gehen lassen mir grad und dann so... Du hast gesagt, das ist ein Yeti! Das ist einfach ein Yeti! Ja, und? Ja, Alter! Digga, ein Yeti! Wir haben schon mal Yetis gesehen! Hä, nein! Also, ich nicht! Ich schon! Hä, der sieht richtig geil aus! Alter, ich glaub schon! Ich muss nochmal schauen! Alter, zwei Mega-Boss-Fights in einer Folge! Voll geil, man! Ist das so eine Art Boss-Map, der Yeti? Das ist ein Boss-Map! Okay, dann haben wir ihn noch nicht gesehen! Deswegen sag ich ja! Oder ist... Oder kann es auch normalen... Oder ist es... Ist normal... Gibt's ganz normale Yetis, gell? Das ist ein großer Yeti! Weil wir haben, glaub ich, schon mal im alten Ice-Film hatten wir... Siehst du ihn? Nee, den kenn ich tatsächlich noch nicht! Sag ich doch! Warte, ich will erst zu der hochkommen! Greif ihn einfach trotzdem an! Ach, da bist du jetzt hin! Ich hab den Unglauben! Ich hab den Unglauben! Nein! Alter! Alter! Irgendwie der ausrastet! Und es rastet einfach auf mich! Ich hab keine Pots, gell? Echt nicht? Nein! Wie gesagt, ich hab gar nichts, um zu regenerieren! Okay, ich mach immer gut Damage! Dacht ich! LOL! Der ist richtig stark, man! Aber... Machst du mir gut Damage oder nicht? Ich mach ihm gut Damage, ja! Okay, gut! Dann finish nur einfach nicht! Ich muss mich kurz regenerieren! Ja, äh, ich glaub deine Turtle... Ja, deine Turtle macht ihn grad fertig! Also ich glaub, dass sie eher fertig gemacht wird, aber... Ja, jetzt ist sie fertig! Sie ist halt vor allem wieder Level 5! Ich hol mal kurz mein Beetle hier raus! Fick, Turtel, Alter! Ja! Also viel Damage ist jetzt so relativ über! Ja, ich kann dir von hier nicht angreifen! Wie der mich maßnimmt, ey! Jo, was geht bei dem? Wir kriegen den aber so mit der Zeit! Aber der weiß auch nicht genau, was er angreift! Oh, Alter! Ein Bauch weggefetzt! Ja und mein Vieh! Er hat aber gekillt! Oh, ups! Nein! Nicht zu mir laufen! Alter! Ich hab mir zu Hause! Du wirst mir vertreten! Alter, hilfe! Ich habe aber noch mehr leben, meinst du? Okay, dann lock ihn, wie! Nein, halt einfach nicht dahin! Hat der sich besetzt? Ne, da hängt er fest! ich kann auch gar nicht entdeckend die er ein kleiner Stelle der Ansatz bevor er ist jetzt greift er mich an er hat einen Weg der Erwanderer er hat mich am meisten mein komplettes Leben abgezogen wir werden bei einem ist ein Teil auch tot Prozent weiß ich nicht er steht noch da oben sieht so aus mein Mann ist runtergelaufen nein ich weiß nicht ob er denkt oder was er macht Prozent dann wird das Teil noch verfolgen ein Törtel neuer die Sette fuhr er wird er ist nicht runtergelocken die Leute hier und er wird ich kann das so lange nicht töten wie ich keine Pots habe oder so irgendwas zu regenerieren auch irgendwas als ob er mich dadurch schlagen kann es ist er bei mir ja bei mir auch ja wo man bitte auch damit ich kann nicht angreifen warum kann ich jetzt schon wieder nicht angreifen ich hasse dieses Mistding ein das ist ein bisschen was zum Regenarieren auch wenn es keine Pots die ich bin fast gut ich bin fast gut das ist damals ganz schnell weil da kann ich was drauf ja da hast du mich wohl nicht wird mich hört auch okay mich halt nicht gewonnen wird aber erlebt noch als es ist noch nicht wie es hätte weil irgendwas greift dir an ich glaube eine Törtel oder so ich weiß nicht was man macht er kommt nicht so gut ne weil er mich verfolgt ne er verfolgt jetzt mich weil ich ihn angegriffen hab guck mal jetzt ist freie Fläche hier gut ja geil der wird das Ding tothaut oh was macht der Typ denn wenn ich was aufmachen könnte dann greift man dann Törtel ihn an geh da nicht hin doch ich hab ihn umgehauen das meint ist okay weil jetzt kann ich den Törtel an Loll ich alter hau ab oh danke kannst du weggehen ja oh nice gut er fokuss dich wir müssen uns immer abwechseln aber ich renne immer nur weg dann oh guck mal wir haben jetzt schon weiter runter gekriegt als sonst ja wenn du wegrennst ist geil weil dann kann ich ihn richtig gut damagen fuck deine Törtel uha oh Alter der die weggefetzt hat man nein nicht nicht das ist ja nicht so übelst der Akkultur Mann aber wir haben gut Damage gemacht jetzt kannst du ihn angreifen wenn du Bock hast obwohl ich glaub so geht es ich glaub so geht es ganz gut wenn ich immer mal wieder wegfliege oh fuck jetzt kommt der Supersmash puh Supersmash ich bin tot 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 wo ist er denn da hinten nein er hat resettet weil er im Teutel so schnell gestorben ist ja doch hat er wir werden von Skullballs verfolgt Halt's auf doch werden wir ich kümmer mich um die du um ihn ich kümmer mich um sie fuck es kommen alle na hau ab hau nur ab hau nur ab er geht auf mich ich lock ihn weg er geht nicht auf dich doch er geht auf mich aber da war ein Berg im Weg die Skullballs haben mich gekillt das schaffen wir noch alter wir müssen das jetzt schaffen Mission für die nächsten Alter der ist voll Akkoman an es ist richtig schwer ich habe das gegen die Skullballs richtig Probleme da nein hör auf mich anzugreifen du Knecht ok gut Eier ich bin tot ich bin tot ich bin tot versuch einfach ich habe aber das gute ist also extrem nahe ist und gut und die Skullballs hinweg das ist auch gut ja der Richter der Extremsteller kommt es zauber okay ich finde es halt geil wenn er auf dich gefokust ist weil dann kann ich ihn richtig gut knechten Achtung du musst immer wegfliegen ja ähm ne ich habe es gerade gedodged mit meinem ja gut diesmal ist es alter weil er macht halt damit richtig AOE Damage ich kann nicht umhauen ich habe zu wenig von meinem Skill ULTE wir können das Alter er verfolgt mich Hilfe geh weg ähm ich sterb und komm wieder achso okay gut dann ähm warte ich ey dieses erschütternis Alter ich sterb jemand äh er greift wieder mich an gut ey ey er fokus dich pass auf aber ja ich kann gleich wieder machen ja ich bin reinge 라� U bien Alter wie die Map hier schon aussieht okay fuck ich hau ab aber du bist nicht low okay dann man war gar nicht so schnell ja ich bin auch weggeflogen deshalb Oh, geil Richtig geil gedodged Oh, scheiße Damage of Doom Nein, vor allem Ich bin tot Okay, ist okay, ist okay Ich logge noch näher hierher Er hat noch nicht besettet, nice Ich sterbe, okay Ey, da muss richtig viel XP geben Okay, ich sterbe noch nicht Bleib einfach da Wenn du aus der Seine stirbst, ist okay Okay, du stirbst Ich kann nicht fliegen, wenn er die ganze Zeit das macht Weil dann wird es die ganze Zeit abgebrochen Aber der ist Also er ist halt übelst tankier Macht trotzdem noch viel damage Das ist halt wirklich Ich weiß, der Es ist halt der Übelste Uga Aber der viel krasser als ein Uga Der muss eigentlich Nein, du bist Der hat einfach Der kam Der hat dann mich damit da auch noch getroffen Ich hab ihn unten geleckt Cool Ja, wir haben ihn zur Hälfte runter Und jetzt ist Acker auf mich Jetzt ist Acker auf mich Junge Was ist los mit diesem Killertyp, Mann? Der ist richtig krass Aber okay, die Folge wird jetzt überlänger, aber ist egal Ich kann jetzt nicht die Folge cutten Ich kann nicht wegfliegen Ihr werdet nicht toten? Nee, er hat meine Todesumme nebenbei getötet Ohohoho Aldo Oha Pass auf, ich kann gleich wieder Nein Der Knecht Ich komm nicht weg Jetzt komm ich weg Okay, gut Scheiße, ich hab Wolf angelockt Ja, ich hab Wolf Ich muss ihn kurz killen, warte kurz Nee, pass auf Sonst tut er resetten Achso, du bist du gestorben? Ja, ich bin gestorben Ich hab ihn angegriffen Er wird mich resetten Ja, okay, es dauert eh ein bisschen länger Oha, Alter Danke, dass ich jetzt schon wieder fast tot bin Nur weil ich denn nie von ihm standen Ich muss die ganze Zeit richtig viele Healpots pressen Ich hab halt keine Healpots Ja, ich weiß Aber ich kann ja auch keine machen grad Ja, ja Nee, nee Das erwarte ich auch gar nicht Bin tot Fuck it Ich hatte ihn noch nicht angegriffen Hat er resettet? Ja Als ob Scheiße Ich war noch nicht ganz da Weil ich noch sau tot war Machen wir es nochmal? Ja Okay Erst doch einmal Warum kriegt er auf einmal so viel Damage jetzt von mir? Der kriegt schneller Damage als vorhin Aua Oh, der Knecht Alter, der hat mich voll in den Boden reingerammt Ups Regenerieren Ich bin dann mal weg Leuch, der hat mich aber getroffen Nein 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 Egal Oh Mann, ich hab mir genau in dem Boden umgehauen Ich wollte auch grad so rauf und smashen Er hat den Fokus geweckt, das ist nice Okay, gut Weil er mir jetzt noch nicht so krass der Wind schmacht Aber wir, wir, ähm, jetzt wissen wir, wie wir gegen ihn spielen Deshalb kriegen wir ihn schneller runter Ich merk's Aber er kriegt mich auch schnell runter Ja gut Du, du, du spielst noch nicht so krass Obwohl eigentlich ist es ganz gut, weil, ähm Eigentlich Weil ich mach, ich mach mehr Damage Dass, dass du den Damage machst Ja genau Aber ich mach auch generell gegen ihn nicht ganz so viel Damage Weil eigentlich baite ich ihn immer auf mich So Ja, der, der, der dran ist, kriegt den Fokus Ne, wenn, wenn er grad auf dich geht Und, und, und da hau ich irgendwas auf ihn drauf Dann fuck es denn so ab, dass er zu mir immer kommt Doll Ey, loll, der, der, er ist grad special Wie, er ist special, was? Ja, der hat die ganze Zeit deine Keule, Alter Und fuck richtig damit ab Ja, die, die Keule ist auch special Oh, eigentlich, danke Ich bin umgehauen, Mann Aber er ist wieder half live Wir dürfen halt nur nicht gleichzeitig sterben Das, das Ich bin tot Pass auf Okay, aber du bist eh immer, fast eh immer sehr viel daneben, also Ja, weil ich, äh, probier, ähm, weiter mehr Leben zu haben Er hat mal einen Turtle getötet Ja gut Alter, guckt er die, guckt er den Boden an, Mann Ja, er ist auf mich Gut, wir haben ihn fast tot Ja, wir sind schon bei 21 Minuten, aber hey Junge Yo, er hat auch unsere beiden Haustiere halt voll weggesmasht Ja, der, 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 na Ich kann auch mein, ich kann auch mein Hank leider nicht instant anmachen Es geht nicht Es geht einfach nicht manchmal, weil Ich hab, Alter, ich hab, als wer dich grad schlagen wollte, umgelegt Richtig geil Cool Ich werde es drauf gehen, aber ich kann, ihr mit meinen Attacken ein bisschen Damage noch hauen Ich, ich, ich werde noch nicht da drauf gehen Nice Heilo Er hat Fokus auf dich, nice Und er ist fast tot Sooo Ey, komm, den kriegen wir jetzt Muss einfach abhauen Ja, dann darf ich aber nicht mehr sterben Achtung, er stirbt gleich Nein Ich hab ihn in dem Moment getötet Hast du Level gekriegt? Ich hab doch nur HP Ja, stimmt, du lebst noch Nee, hä? Aber Ach, du hast gelevelt deshalb Ja Wie geil Lol Geil Ich hab coole Sachen eingesammelt Wann mal Alter, mein Inventar ist komplett voll Wir müssen mal wieder eine Stadt finden Dringlich Ja Aber ich würde sagen, wir machen das erste Schluss mit der Folge Wann mal Ja, ja, gleich Wann Äh, soll Leute, ich bin kurz rausgetappt War nicht, ähm Ja War scheiße Äh, hab ich noch irgendwas für dich Gerade schnell hier Da Nö Alter, ich hab so viel Scheiß immer momentan Alter, wie krass Das, das, das war richtig krass Ich skill kurz noch Was skill ich, was skill ich, was skill ich Äh Puh, ähm Ich glaub, ich skill mein, ähm Mein nach hinten schießteil Mal gucken, ich schieß jetzt weiter Oh, ja Naja, dann, äh Wär's das gewesen von dieser XSL-Folge Wenn's euch gefallen hat, lasst doch einen Positwerten da Wir sehen uns dann im nächsten Video Und bis zum nächsten Mal Tschüss Alter, das ist krass Tschüss Und bis zum nächsten Mal